Lauten Horskick, also Halbkreis-Buchstuhl mit dem hinteren Bein und auch wieder nach hinten führen. Wichtig bei dir, dass du den Oberschenkel mit zurücknimmst. Du machst es ja immer noch hier, klappst jetzt und dann nimmst du erst den Oberschenkel raus. Und das ist wichtig, dass man hier jetzt, so wie du aus der Streckung, in den Ansatz zurückkriegst. Mal absetzen, den Oberschenkel mit dem Oberschenkel rauskriegen. Super. Ja, klasse. Okay, ja, das wollte ich sehen. Das ist, wie gesagt, letztes Mal immer noch ein bisschen falsch gelaufen, aber jetzt ist es super. Und darauf jetzt immer wieder konzentrieren, die nächsten Male, bis der Körper gespeichert hat. Ja, ja, ja.